Wohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dieses Ding zu fahren. Ich glaube, ich habe mich gerade getötet. Hammer! Du bist gest... Was war denn das jetzt gerade? Nein, ich bin wieder. Oh, verdammt, das kann doch nicht sein. Warum kommen die auch von oben? Ach ja, komm, creepy Kerl hier. Die laufende Nummer fährt bestimmt nicht mehr rum. Schön mit angezogenen Bremsen anfahren. Das habe ich witzigerweise bei der Testfahrt auch gemacht. Ich glaube, ich habe mich gerade getötet. Was war denn das jetzt gerade? Ich glaube, ich habe noch zweifel freshmen. Vielen Dank.